Rote Fabrik Für mich war die Rote Fabrik eine Chance, eine Ausbildung zu machen, einen Betrieb ohne einen Chef kennen zu lernen und viele gute Leute auf einem Ort zu treffen. Für mich ist die Rote Fabrik ein sehr bunter, vielseitiger Ort für ein sehr breites Publikum, jung, alt und schöner Nordachsee. Kurz für mich eine Oase in Zürich. Die Rote Fabrik ist für mich sugar shit sharp. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020